Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nähpark-Podcast. Ich bin Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Nähmaschine unterhalten. Dabei wollen wir über die verschiedenen Funktionen sprechen, warum es gerade genau dieses Modell geworden ist, was sie besonders gut kann oder was sie vielleicht auch nicht so besonders gut macht. Wir wollen über Zubehör reden, welches gerne und oft benutzt wird, welches man zuerst kaufen sollte und natürlich auch, welche Projekte damit genäht werden. Dann könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, ob dieses Modell auch zu euch passen würde. Als Gäste werde ich unterschiedliche Leute hier haben. Los geht's in den ersten Folgen mit meinen Kollegen und Kolleginnen vom Nähpark, die teilweise, natürlich nicht alle, auch zu Hause nähen. Wir reden dann über deren Nähmaschinen oder Stickmaschinen. Es geht bestimmt auch mal um Overlocker oder um Covermaschinen. Wenn ihr mehr über den Gast wissen wollt und das jeweilige Modell, da haben wir eine Infoseite für euch gemacht. Die befindet sich auf dem Nähratgeber, also auf www.nähratgeber.de. Wenn ihr dort in die Suche Podcast eingibt, findet ihr die. Wir werden sie natürlich auch in den verschiedenen Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch informieren und euch mal so ein bisschen ein Bild von den Leuten machen. Wenn ihr Anmerkungen zu unserem Podcast habt, könnt ihr uns die natürlich auch zukommen lassen. Zum Beispiel über Facebook, über Instagram an den Nähpark oder auch per E-Mail direkt an den Nähpark. Es wird aber auch unter dem Infopost eine Kommentarfunktion geben, wo jeder reinschreiben kann, was er sich von uns wünscht, eventuelle Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge. Wir sind dafür alles offen. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch schreiben, welchen Gast wir mal einladen sollten oder um welche Maschine das jetzt mal gehen soll. Wenn ihr dann noch Fragen zu den vergangenen Folgen habt, können wir die dann auch mal besprechen. Schickt uns die einfach, wir sammeln sie und dann machen wir vielleicht mal eine nette Talkrunde mit mehreren Gästen oder wir sprechen über verschiedene Maschinen im Vergleich. Da sind wir für alles offen. Genießt die ersten Folgen, meldet euch bei uns, lasst uns wissen, was wir besser machen können oder was euch besonders gut gefallen hat und bis dahin könnt ihr wieder zurück an die Nähmaschine und ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Ciao!